Moin Moin und Willkommen zurück auf der Baustelle bei Ark Lost Island. Ja, es ist gerade irgendwie zappenduster. Ich hatte auch eine Idee, wir hatten noch mal so sleepable beds. Ich gucke gerade mal kurz, ob wir uns eins machen können. Elsa oder Wolle? Jo, wir machen uns mal ein Bett, dann können wir die Nächte nämlich schlafen. Oh nein, du verkraftest mir nicht mein menschliches Haar. Okay, das muss ich wirklich irgendwo mal sichern, nicht, dass ich das versehentlich noch verkrafte. Menschliches Haar ist nämlich gefühlt super wertvoll. Ich gucke mal einen Pelz raus. So. Sehe ich es ja hier. Dann können wir hier nämlich bei Tageslicht auf der Baustelle verbringen. So. Gute Nacht. Ah, schön. Ah, gute Nacht. Ah, für so eine kleine Motte. Ich finde, die macht das so richtig schön. Irgendjemand hätte draußen ein Ei verloren. Das hätte ich gern. Oh, was bist du? Ach so, hat dafür anscheinend hilft. Ich habe jetzt Triceratops-Ei und ein Mavic-Ei. Hat hier noch mehr Eier liegen? Ich werde es langsam mal im Moment für so einen S-Plus-Collector. Ich habe das Gefühl, wir sind schon einige Eier abhandengekommen. Naja, alles okay. So, ich brauche noch ein paar von den Außendinger. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Machen wir mal 15. Haben wir notfalls welche da? Strukturen. Battlements. Menge herstellen. Aufzählen. Genau, dann haben wir das. Wir können schon mal unsere Scheiben. Ich setze die Scheiben einfach mal ein. Gefällt mir. So, war das auch. So, du bist aber fleißig am Werkeln. Würde mal versuchen, eine andere Dachstruktur aufzusetzen, während der da noch gehaftet. Oh. 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 Geil. Direkt eine Scheibe kaputt geschossen. Haha. Oh. Hier hebt auch, lebt auch aneinander, oder? Müsste. Funktioniert, wenn ich die jetzt hier auch noch abnehme? Offensichtlich nicht. Gut. Hätte ein schlimmerer Schaden entstehen können. Dann machen wir jetzt hier mal. Hm. normale wände eine ist nur kurz experimentell wir gucken uns das gleich genauer an wir machen jetzt erstmal das zu ende draußen hier dann haben wir das zumindest endlich mal erledigt und es sieht von außen schon wieder gut aus besser du drohst zu verdursten ist ja gut spiel ich trink mal was ach das ja wasser wie praktisch trinkt danke vergessen dass er immer nicht so direkt trinkt wenn man hier im wasser ist die dran jetzt ich glaube ich gern noch ein paar von den dreiecks zielings wie viele kann ich machen machen wir alle das finde ich in ordnung auch noch ja ich glaube buchstil kriegen wir mit dem anderen dach tatsächlich zusammengeferkelt gut wenn ich jetzt aber schnell abbauen wollen würde ja würde ich einfach unten alle weg reißen dann fällt das schon runter ja ich sollte daran noch mal arbeiten in meiner taktik schlimmeres viel schlimmeres ich merke sehr glücklicherweise recht gut aber die grundform des turms werde ich beibehalten ach das war es schon muss ich jetzt normale wände dran machen damit zum schwächen vorbereitet okay ich wollte an der mauer weitermachen was mache ich schon wieder alles andere später ist natürlich auch noch über türen und fenster nachdenken habe ich glaube im ersten moment das schon mal in ordnung wir vorankommen oh 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 ja ich meine was ist hier passiert okay ich sollte besser darauf achten wo es snapped auf jeden fall ist ja schrecklich aber noch ein paar von den also von den quadratischen zielings dieser umbau kostet jetzt schon wieder so viel material ich habe sehr glücklicherweise da wofür wollte ich jetzt die quadratischen es macht keinen sinn ich brauche nur recht ich brauche nur dreieckige hier verzeihung da ist wieder irgendwo ist der wurm drin bei mir grad zack zack so dreieckig auch deutlich mehr nein 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 jetzt muss nur die außenkante so gut ich brauche trotzdem will ich aber nicht so viele gib mir nochmal 30 ja hier haben wir innen drin die holzstruktur die kann ja bleiben ja das kann ich so schlimm das beruhigt mich grad ja der gesamtumbau ist jetzt hier geraten wirklich insgesamt ein bisschen speziell aber aber und hier von unten perfekt ran ja und das bett auch nochmal mit so wenn ich jetzt hier drumherum das dach weg mache würde mich mal interessieren ob die dächer hier drauf bleiben weil theoretisch hinterher jetzt auf wände wenn nicht muss ich oma mal abreißen okay das zeigt bis jetzt oh Oh, sehr schön. Habe ich die halben noch dabei? Jo. Nein, einen habe ich noch dabei. Den, den ich gerade nicht rausgeholt habe, ist okay. Dann wird das jetzt hier aber ein Flachdach und die oberste Etage fällt dann quasi weg. Da, ich muss mal von innen gucken. Ja, durch das, wie ich das jetzt bauen würde, die obere Etage wegfallen, weil ich ja kein Dach mehr drüber ziehe. Das wäre dann hier oben eine freie Fläche, die man als Landeposition für den Agentaves nutzen könnte. Ach, wie praktisch. Ich habe echt Angst, dass ich gleich so viel kaputt mache. Das Gute ist, die Dinger sind billig im Vergleich zu den anderen. Also... Nur nicht schön, aber... Oh, die haben jetzt nicht an der Wand gehalten. Naja, ist okay. Wie gesagt, die Dinger sind gar nicht mal so dramatisch. Kriege ich geregelt. Die kosten nur Stein, Holz und Stroh. Nix super dramatisches. Ich habe schon wieder Hunger. Habe ich noch was? Nein. Sina, ich hätte gerne mal ein Essen. Okay. Ah? Genau. das war der plan das ist doch nichts anderes nicht dass er jetzt noch denkt das war ein unfall oder so aber ich habe mich jetzt mal komplett umentschieden das sieht nicht gut aus also ich nehme ihn da jetzt trotzdem wieder weg so haben wir hier aber trotzdem echt luxuriösen da haben wir jetzt ja mal einen richtig luxuriösen Raum auf jeden Fall nicht dass ich was gegen Luxus hätte genau und dann mache ich jetzt nochmal auch die Dinger drum also nach außen hin wird das glaube ich echt gut aussehen leck ah ja ja Okay. ja das wird doch voriger wird das die oma von der lande fläche für akentaris wo man jeder seite vielleicht ein oder zwei treppen runter gehen kann und mit der tür dann in den raum da rein kommt ja der plan gefällt mir wir haben plan das heißt natürlich wieder ich brauche gefühlt noch mal endlich viel mehr material wo ich kann die ja vielleicht sieht das ja jetzt gut aus da oben dran glaubt nicht das stück sieht aus aber das sieht besser aus aber die könnte hier die obere etage dranhängen vielleicht sieht die nämlich besser aus er steppt an den wänden ok hatte die noch nicht angesetzt weil ich jetzt gerade auf an ihm nicht wusste ob er jetzt auf den dächern steppte oder auf den wänden mag jetzt zwar gar nicht nach so einem wettbewegung unterschied klingen aber doch das kann zu problemen führen so 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 Masse freine Kuchen. Ich weiß nicht! Och man! Das ist jetzt ärgerlich! Komm, gib mir noch mal! So, und da mach ich die jetzt auch noch drauf. Dann machen wir mal den Abschluss zum Turm. Zumindest von der Wand her. Ja? Es ist einfach noch so viel zu tun hier. Und ich bin hier grad noch am Experimentieren, was ich überhaupt will. Das ist schlimm. Maddlemen! Ich bräuchte von euch noch mal ein paar. Wie viel kann ich? 40. Ja komm, die nehm ich. Das tut weh. Das tut weh. Aber egal. Wenn es fertig ist, umso geiler ist es. Weil diese ganzen Ressourcen, wir haben sie anständig gefarmt. Ohne übertobene Raten. Und wir haben sie gut nach Hause transportiert. Das gibt doch dem Ganzen dann wieder einen gewissen befriedigenden Erfolgsfaktor. Hm. Weiß dich mit den großen Fenstern. Gut, das kriegen wir geregelt. Das ist nicht das Problem. Ich kann da oben andere Fenster setzen auf der Etage. Bevor wieder irgendwas kaputt geht, nehme ich die Scheiben lieber einmal raus. So. Das war's noch mit denen ich hatte, ne? Ja, die anderen sind grad am fertigen. Okay, das sieht doof aus von der Seite. Hier. Ha? Ja, ich glaub das Grundproblem ist, dass die Fenster eigentlich zu groß sind. Die sind... zu prunkvoll? Das ist vielleicht das Problem. Hm. Die hab ich auch noch nicht gehört. Zu prunkvolle Fenster. Ja, welch leben wir denn hier? Ja. Hier ne Tür drin? Ach, danke. Hier drüben auch? Nö. Ich glaube, die lass ich weg. Hier auf der Seite. Einfach nur so sieht auch gut aus. Ach, das Gute ist, insgesamt kommt so... der Burgstil... wieder besser rüber. Das gefällt mir ganz gut. Mal gucken, ob meine... dreieckigen Dachstrukturen mal fertig sind. Definitiv ja, aber auch definitiv zu wenig. Ja, das geht ja erstmal nur zum Zeigen. Und dann könnte ich hier oben... Agentavis... Oh, die könnte ich sogar schon hinstellen, da haben wir Ordnung. Oh ja! Ja, was heißt ja, da haben wir Ordnung. Mehr als jetzt zumindest. Was auf der anderen Seite ehrlich gesagt nicht so schwer ist. Mehr Ordnung als jetzt. Was machen wir? Machen wir. Ordnung! Oh, es geht los! Oh! Wahrscheinlich sieht das auch noch richtig gut aus, wenn die Agentavis da oben drauf sitzen. Vielleicht muss ich sie aber auch auf die Türme verteilen, weil zu viele auf einem Haufen sehen auch doof aus. Nun kommt jetzt noch die königliche Eule. Hier. So. Wir halten. Warte, dich mache ich auf Passiv. Sollte ihr mal was zwischenfallen und diese Agentavis jetzt auffliegen und verteidigen, dann bleiben sie zumindest in der Nähe von der Eule und die Eule fliegt nicht weg. Das heißt, wir hätten jetzt zumindest eine Grundform der Ordnung. Problem ist nur, ich kann mit der Eule natürlich nicht einfach kurz wegfliegen und heilen, weil dann nehme ich die Agentavis gleich mit. Das ist das Problem jetzt daran. Agathe? Na, meine gutste? Komm. Ich habe auch einen Turm. Ich habe nicht zufällig noch einen, oder? Ich habe so viele. Einfach nur mal zwischendurch. Oh ja, nehme ich, nehme ich. Das ist so. Aber ja. Dadurch, dass ich die Fläche jetzt oben mit nutzen kann. Kurz Bildchen machen. Von der Zwischenbaustelle. Oh, haben wir. Und dann könnte ich doch hier unten auch einfach mal die Thylakoleos in einer Ecke sammeln. Bis auf Tyler, die lasse ich außen vor, weil den benutze ich ja gerne mal. Von hierher. Natürlich der Einzige, der keinen Sattel hat. Ich mache kurz den Sattel. Auch nicht. Agathe. Ich muss mal kurz den Thylakoleosattel machen. Da hat jeder einen. Einer reicht. Dann packe ich die dann gleich mal mit ein. Dann haben wir schon mal nicht mehr alle mitten auf der großen Fläche stehen. Ah, hat gereicht. Wunderbar. Da bist du eigentlich, weil du vollgemüllt bist. Ist da irgendwas bei, was wichtig ist? Das nehme ich. Gut. Um den ganzen Kram hier ein bisschen Herr zu werden. Weg mit Sheet. So. Wir räumen hier mal kurz die Thylakoleobande auf. Weg mit Sheet. Wir haben so viel Fleisch. Auch gar mehr Fleisch. Theorisch. Man kann es denn auch brauchen. Oh. Du hast interessantere Dinge dabei. Aber. Auch nicht interessant genug. Du? Mit denen waren wir in der Wüste. Kann das sein? Ah. Ist okay. Ich muss mal Öl am Schrank sammeln. Zack. Oh. Drei Artefakte in der Reihe. Achso. Zwei mal das gleiche bei. Sehr gut. Das schockt nicht. Aber ich habe mich kurz gefreut. Öl. Gutes Gespräch. Weg. Ich habe mich. Ich habe mich. schön eine Form von Ordnung Dinge vernichten, so eine Ordnung gut, da wäre es das aber auch gewesen wir haben ein bisschen was geschafft die Grundidee da oben funktioniert, ich brauche nur wieder mehr Material, also ich drücke mich gleich irgendwie habe ich vor mich schon wieder davor zu drücken, jetzt schon wieder Metall zu holen weil das ist schon heftig was das kostet alles gut, ich wusste das vorher ein paar von euch kennen die Mod auch die wussten das auch das ist jetzt auch keine Beschwerde oder das ist einfach nur kann sein, dass ich das nochmal nach hinten schiebe naja, das übliche halt, mache ich irgendwann mal wie mit dem Lager, super vielen Dank fürs Zuschauen wenn es gefallen hat, ja immer super gerne Bewertungen da lassen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, weiter auf der Baustelle ciao